hallo und recht herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal ich bin der medi und das ist die zweite folge portal wir befinden uns noch immer in unseren schönen testkammern und wir werden uns mal heute dieses rätsel hier anschauen okay ich wollte es auch so ist die frage wo es perfekt nein wir müssen auf die andere seite bin ich dämlich da kommen er wolle knöpfchen drücken portal durchschicken und jetzt müssen wir abwarten bis das kommt vielen dank habe ich es aktiviert jawohl jawohl da haben wir das rätsel doch schon gelöst und jetzt kriegen wir glaube ich unsere zweite farbe perfekt das gerät kann jetzt zwei verbundene portale gleichzeitig erstellen wir sind einfach jetzt momentan teurer als unser ganzer wohnort ja moin läuft so weiter geht's dann gehen wir mal weiter bereit machen zum rausschleudern mit hinaus in den hau ok gehen wir hin und tschüss was hat was hat das jetzt gebracht ok akzeptiere ich jetzt haben wir da unten kein portal das bedeutet das bedeutet wenn ich jetzt das richtige gemacht habe ja kommen wir da an jetzt müssen wir nur da wieder zurück das wiederum bedeutet dass wir vier einzeln machen ich habe da nämlich eine lustige idee statt das jetzt einfach so doof da drauf zu legen was ja einfach wäre und dann müssen wir noch mal da drauf alles klar mädchen aber es geht eigentlich vollkommen in Ordnung ne also die grafik ist noch relativ spielbar für heutzutage finde ich ladedaten also es ist eigentlich noch spielbar vor heutzutage und ich bin ehrlich wenn ihr keinen richtig krassen pc oder so habt das schafft jeder toaster ne also das spiel sollte jeder toaster schaffen wenn nicht müsste die einstellungen einfach runter ballern ich habe die glaube ich jetzt da sie nun beide portale kontrollieren könnte der nächste test sehr sehr lange dauern wir werden sehen wenn ihnen schwindlig wird vor doost kippen sie ruhig um bei intubationsmitarbeiter wird sie mit magenmitteln und adrenalin wieder belieben alles klar okay also selbst wenn euer toaster das nicht auf volle einstellungen schafft könnt ihr einfach die einstellungen runter machen dann sollte es eigentlich jeder pc jeder laptop schaffen wichtiger testarper hat zerstört zumindest für heutige verhältnisse oder 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 du Ich weiß, das mache ich gerne. Scheiße. So, den einmal her. Den erledigt. Jetzt brauchen wir noch da ein Portal. Nee, erst hier ein Portal, dann da ein Portal, da drauf. Das ist blau, okay. Dann machen wir hier das andere hin. Und dann bin ich überfordert. Gehen wir hier wieder zurück. Wir schießen da ein Portal durch, hier ein Portal durch. Neben den. Bam, sind drüben mit dem zweiten Teil. Dann machen wir hier links Bums. Das Bums. Hier ein Portal hin, da ein Portal hin. Gib ihn. Hier. Ah ja. Ah ja. Okay. Okay. Lade Daten. Da sind wir wieder. Kurzer Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder zurück. Und es kann weitergehen. Wir reisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Oh. Brauchen wir gar kein Portal, obwohl es geht schneller. So. Wie kommen wir da rauf? Genau so. Hey. Danke. So. Gucken wir mal hier rein. Oh Gott. Bin ich dumm. Ah scheiße. Okay. Alles klar. Also. Beim nächsten Mal aufpassen, was für ein Portal wir setzen. Äh. So. Wohin schier hin. Mann. So ein Schrott. Hier rein. Da rein. Da rein. Da im Portal. Da im Portal. Gib ihm. Hier ein Portal. Da ein Portal. Jetzt muss ich aufpassen, was ich hier für ein Portal setze. Orange muss ich setzen. Alles klar. Dann setze ich ein Orangenes da hin. Dann müssen wir kurz warten. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Jawohl. Rein da. Zack. Gib ihm. Wunderbar. So will ich das haben. Weiter geht's. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Äh. Okay. Das klappt so nicht. Wichtiger Test-Ampferat. Zerstört. Hier orange hin. Hier blau hin. Dann. Okay. So nicht. Hier orange hin. Da blau hin. Ne. Da blau hin. Hier orange. Das heißt, wenn ich jetzt hier runter springe, muss ich da mit blau setzen. Und dann sind wir durch. Jawohl. Direkt mal Kamera abhängen. Wichtiger Test-Ampferat. Zerstört. Ich weiß, ob ich liebe es. Wichtiger Test-Ampferat. Zerstört. Ich weiß. Jetzt könnte es schwierig werden. Ähm. Oh Mann. Ähm. Ja. Blau hier hin. Oh, starr hin. Jawohl. Jawohl. Weiter geht's. Oh mein Gott. Wichtiger Test-Ampferat. Zerstört. Ich weiß. Ich habe es mitbekommen. Was ist da hin? Wie kommen wir da hin? Orange hier hin. Nee, so nicht. Aber orange muss auf jeden Fall da hin. Blau. Blau, orange. Zum Henker machen wir das. Oh, Kopfschmerzen. Wir müssen auf jeden Fall da rüber. Das heißt, ein Portal muss auf jeden Fall da sein. Dann haben wir ein Portal, was da hingeht. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Wie soll das funktionieren? Hier blau, hier orange. Wie zum Henker. Wie zum Henker. Wie zum Henker. Wie zum Henker. Ich habe es herausgefunden. Blau hier hin. Dann hier. Hier. Und. Bam. Und dann? Blau hier hin. Orange da hin. Da geht nichts. Was ist da auf der Seite? Okay. Mann, Mann, Mann. Okay. Folgendes Szenario. Ah, scheiße. Orange hier hin. So. Vielleicht so? Nein. Dann so. Warte mal. So vielleicht? Mann, wie soll das gehen? So vielleicht. Jawoll. Dann müssen wir nur... ...wieder zurück. Äh, äh, äh. Okay. So kann man es auch machen. Mmh, shit. Wie kommen wir wieder zurück? So. So. Alles klar. Ja. Oh, Gott sei Dank. Meine Fresse. Das Level machen wir noch auf jeden Fall. Wo müssen wir denn da hin? Und ich bin tot. Okay. Aber ich würde mal sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Scheißegal. Bewertung ist Bewertung. Lasst Kommentare da, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ähm. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir uns beim nächsten Mal wieder bei Portal. Haut rein.